So, wir wurden eingeladen in den Urlaub zu fahren für paar Tage. Ja, das ist schon echt unfair hier. Während ich mich abracker und zusammen packe, tun die Schnuckelchens schlafen. Schon echt unfair. Ich muss alles zusammenpacken für uns alle, für uns drei und ihr, ihr pennt. Ja, wo es hingeht und wann es losgeht und so weiter und so fort, das erfahrt ihr im nächsten Video.